Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden.